Wir geben ihm mal seinen Flash Drive zurück. Nein, wir fragen uns wirklich. Ich frage ihn mal, ob er zeichnen kann, denn wir wissen ja, dass er es online gestellt hat. Wir haben es nicht genutzt, ich weiß nicht ob das ging. Ich bin... ich bin busy. Nein, ich bin viel zu busy mit der Klasse und der Leben. Du hast es eine Jahrzehnte. Oder eine Woche. Ich habe all die Titel gesehen, Drama Queen. Ha ha. Ich bin sicher, dass du Cannibal Holocaust watcht hast. Kein Weg will ich das sehen. Mein Geist ist genug genug. Ich hab meine Arsch auf. Also, du bist sensitiv. Das klingt total, wie du es sagst. Ich nehme einfach mal das, weil ich das finde, das klingt am lustigsten. Ich denke, es ist besser, wenn wir darüber reden und Warren sieht eigentlich aus wie ein cooler Typ, der uns nicht auslachen wird und ich glaube, es wird uns auf lange Sicht schlicht depressiv machen oder zerstören und deshalb reden wir jetzt. Das ist ein Schaden. Ich werde nicht mehr als Schaden. Ich sage mir alles. Für wirkliche, Warren, das ist zwischen dir und mir, nicht Social Media. Keine Entschuldigung. Max, weiter. Ich hatte diese unglaublich bizzare Erfahrung in Mr. Jefferson's class heute. Ich meine, das Leben-mögliche. Hast du niemals einen Traum so real, wie ein Film? Max Caulfield, richtig? Ich frage einfach mal, über was er redet, weil wir haben ja gar keine Ahnung. Uh, take a step back, I could call the police, uh, yo, mach mal einen Schritt lang, da. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Hey, leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore in the bathroom! Max? Chloe? No way. You again. Go, go, I got this! Get in, Max! Get your punk asses! Get in there now! Don't even try to run! Nobody! That's me! Nobody! What the hell? Man, Nathan Prescott is messed up! And dangerous! This day never ends! Oh, and thanks, Chloe! After five years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Oh, we should have come in. Hopefully nothing's actually... Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beatdown for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. It feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Actually not, right? But I guess... I guess. I guess. It was cool, but... I felt kind of lonely. Out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Only for Mark Jefferson. Only for Mark Jefferson. He was a pretty famous photographer in the 90s. I've always loved his work. Those that can't do, teach. I'm glad you found a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. Oh, I wanted to... I'm sorry. Give me a break. It's nicht so, dass... Aber ich wollte... Was sagt man denn in so einem Moment? Das ist halt schon... Man hat's doch schon verschissen, wenn man sich fünf Jahre wahrscheinlich nicht meldet. Das ist schon eine lange Zeit. Aber ich glaube, dass Chloe uns verzeihen wird. Ich sag einfach mal Entschuldigung, denn ich wollte... Das sagt eigentlich irgendwie so, ich wollte, aber eigentlich war es mir egal. Und es tut mir leid. Es ist eher so das, um was man da vielleicht bitten sollte. Das ist... Um Entschuldigung bitten. Denn mehr kann man eigentlich nicht tun, als zu hoffen, dass die Person eine verzeiht. Wenn man sich wirklich melden wollte. Ich weiß natürlich nicht, was sie genau sagen wird. Aber ich sag mal, dass es mir leid tut. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move, specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliché geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Warum sitzen wir in ihrem Auto und warum fährt sie uns rum, wenn sie eigentlich sauer ist? Oh, Chloe. Wir haben es doch gar nicht so gemeint. Broken. Oh man, are you cereal? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step-douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Come on in. Don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Home, shit, home. Vielleicht erfahren wir jetzt mehr über Rachel Amber, denn das war der Truck, in dem die vielen Poster waren. Der hinten quer stand. Okay, also mein Stiefführer, okay. Anstatt Skifahrter, krasse Scheiße. Und ihr habt die Tür zugemacht. Und sie raucht. Beziehungsweise. Sieht eher. Na ja, ihr wisst ja schon. Ich glaube, was das aussieht. Wir schauen uns einfach mal, wie immer, erstmal ganz gemütlich um. Ich glaube, ich glaube, ich brauche ungefähr drölf Milliarden Jahre, um dieses eine Stink so durchzuspielen. Oregon Coast. Miss you. Wish you were here. Rach. Okay, also sie kannte Rachel Amber und sie verteilt auch diese Plakate. Ich bin gespannt. Wir werden jetzt, denke ich, mehr rausziehen. Ma'am, ich erinnere diese Furniture. Wir haben alle Tage, es blau spielten. Chloe lief das blau. Sie hat ja auch blaue Haare. We had such a blast, drawing these together. With Chloe and Max. She's the killer. Power Girls. Black Hole Danger. Cosmic Snail. Ah, Cosmic Snail. Da ist wieder unser Rewindkreis. Und Super Kitty. Chloe, Max, Freedom Eagle. Ja, geil. Die ganzen Smilies und Sticker, Post-its. Schauen wir mal, da ist eine Tasche. Yay, dreckige Wäsche. Schön, dass wir bei ihr einfach alles durchsuchen dürfen. Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. Uh, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Damn. Chloe was kicked out of Blackwell two years ago. She used to be a great student. When she cared. Wow. Das ist natürlich schlecht. Drei. Äh, Kurse nicht bestanden. Ähm. Okay. Okay, das... Okay, da gehen wir dann nicht ran. Das will ich nicht kaputt machen. Oh, this is a flashback to you. Our super secret closet lair. Ja, super secret mit den... Dingern. Überall dieses Make-up, die haben alle das gleiche. Die haben alle den gleichen Spiegel. Chloe's dad built a stressor. Das cool. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Tja, so geht's vielen von uns in der Jugend eigentlich. Ist doch normal, oder? Dass man seinen Stil so ändert. Nothing but junk in this suitcase. Leere Bierflaschen und Zigarettenstummel. Was soll uns das sagen? Scheint kein glückliches Leben zu sein, was sie da führt. Life shit. Fuck all. Suck it. Dad is gone. Okay, also sie leitet auf jeden Fall sehr darunter, dass ihr Papa weg ist. Just gotta let go. I can't sleep. Eine Collage von ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Wrong way. Was haben wir hier denn noch? One day your life will flash before your eyes. I think like a man. Everybody lies. No exceptions. I'm not into them. Too pretentious. So what now? Okay, das hat sie gesagt. Anscheinend auch Everybody lies no exceptions. Sie wurde anscheinend oft enttäuscht und oft angelogen. There is the power strip. Ah, okay, jetzt können wir hier dann auch... Hey, that TV used to be in the living room. Jetzt können wir hier auch Musik anmachen. Now, let's see what kind of music Chloe is into these days. Dazu müssen wir erst mal was finden. Okay, Chloe. A metal box under the bed equals secret. Schauen wir mal rein. Ich tippe... Okay. Wir haben ein Mixtape gefunden. Wir haben ein Mixtape gefunden. Also, ich versuche es mal, was ich sagen... Das ist Rachael Amber. Sie sind alle auf Blackwell. Ja, ich sie auf. Sie war mein Engel. Nachdem mein Vater stirbt und du verabschiedst, ich fühlte mich abandone. Rachael hat meine Leben. Man, ich hatte keine Ahnung. Du hast noch nicht so viel versucht, um herauszufinden. Ich war 14. Wir waren besten Freunde. Das klingt sehr traurig gerade. Oh Gott. Überlegt mal, euer Vater stirbt und eure beste Freundin verlässt euch. Ihr habt niemanden mehr. Und dann findet ihr wieder jemanden und der verschwindet einfach so. Und dem ist vielleicht was Schlimmes zugestoßen. Das ist unglaublich traurig. Oh Gott. So, wir fragen sie mal, was denn passiert ist. So, was hat passiert? So, was ihr habt, ihr habt, ihr habt versucht zu stoppen? Meine Mutter war zu busy, um mit Sgt. Schiithead zu verabschieden. Ich fühle mich die Liebe. Jetzt, wenn sie Rachel eigentlich verabschiedt? Six Monate vor. Sie hat einfach verlassen, Arcadia. Without eine Worte. Without mir. So, wie sie verabschiedt? Vielleicht wollte sie ein völlig neues Leben. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Whew. Phew. Also, sie ist auf jeden Fall definitiv super sauer auf uns. Und, ja, also sie ist, sie ist verständlicherweise ziemlich angepisst, dass wir uns einfach, also, verpisst haben damals. Und jetzt ist die andere auch noch weg und irgendwie einfach verschwunden und hat irgendjemanden kennengelernt, der ihr Leben verändert hat. Wow. Who'da thunk, Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Ja, das ist, das ist, so könnte meine Post auch manchmal aussehen. Also ich, ja. Aber ich bezahle die wenigstens. Ach, das ist ein Vordach. Ja, cool. Ähm, wir gucken uns mal hier den Schleifersatz an. Äh, beides. Too bad I can't stream any music from Chloe's laptop. But, she looks super happy. Das ist wohl schon ein bisschen her, das Foto. Da nicht mehr so super happy. Okay. Ja, so ein bisschen abgerutscht, würde ich sagen. Scheint zumindest so. Ich schmeiß mal die CD rein. Also, du kannst dich finden, die Kamera in der Garage zu finden. Chloe, bist du okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Ach, Chloe. Das tut mir alles schon ziemlich leid. I shouldn't bug Chloe now. Plus, I need those tools. Ja, wir sollten wirklich, glaube ich, unsere Sache, also diese, die Tools holen gehen. Ich äh, ichion. Ich bin so ganz largelig. Ja.